ja hey leute herzlich willkommen zu meiner einkaufstour 2019 2020 heute mal am 27 also der start richtig gehört der 27 12 und zwar ist es der nachtverkauf von center shop hier in bergheim ja wir gehen jetzt gleich rein den laden und kaufen ordentlich mal was weg hinter mir seht ihr den center shop in bergheim ist also riesengroß dieses jahr ich zum ersten mal nachtverkauf und ja dann kann es auch gleich losgehen so 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 Das ist die Zukunft. Revolution. Sagt Triebung knallt auf, wenn du den weg hast. Es knallt in der Schüssel. Hier, guck mal Bumbu Kartoffeln. Ach Bumbu. Bumbu Kartoffeln. Bumm. 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 Ja Leute, wie ihr seht, der Nachtverkauf bei Centoshop ist erfolgreich gewesen, sehr erfolgreich sogar in ganzer Einkaufswagen voller Feuerwerkskörper, zum Beispiel hier den Celebration Cracker habe ich noch gefunden für 7,99 Euro, dann zum Beispiel die Toxic Kiss Batterie, verschiedene Bombenrohre, wie zum Beispiel hier diese neuen Geoshocks, auch nicht schlecht, 20 Stück für 9,99 Euro, dann die Single und Big Shot von Explode, vieles Kleinzeugs noch und dann hier ein ganzer Eimer Cracklingkugeln, eine Neuheit zum Beispiel auch noch 1, 2 Polizei, habe ich auch 3 Stück mitgenommen und hier so kleine Batterien noch, ein paar Raketen, aber ansonsten, ach ja und hier so eine riesengroße Batterie Pyromold Angry Onyx, auch eine Neuheit von Leslie in diesem Jahr und ja, der Einkauf war erfolgreich, so kann es natürlich weitergehen. Ja, der Nachtverkauf ist nun zu Ende, war eine richtig, richtig tolle Erfahrung hier in Bergheim im Centoshop, also vom 27.12. auf den 28.12. um 0 Uhr halt ist der Nachtverkauf gestartet, war wirklich eine tolle Erfahrung und ja, es ist nicht so wie ein normaler Verkauf, dass da halt alles im Laden rumliegt, sondern man geht wirklich hinten ins Lager, wird da durchgeführt, Lager 1, Lager 2 und kann sich da die Produkte halt rausnehmen, die Verpackungen sind geöffnet und die meisten Produkte liegen halt schon oben drauf. Ist halt ein bisschen stressig gewesen, nicht wie beim normalen Ladenverkauf, sondern ja, man muss halt sich halt schon beeilen. Ungefähr 200 bis 52 Leute waren hier anwesend und wollten natürlich so viel wie möglich und so schnell wie möglich ihr Feuerwerk abholen. Ja Leute und guten Morgen, der nächste Stopp auf unserer Einkaufstour ist der Pyroservice in Köln. Wir sind jetzt also von Erftstadt direkt nach Köln gefahren zum Pyroservice. Hinter mir seht ihr den Rewe und direkt gegenüber ist der Pyroservice in Köln. Ich bin auch dieses Jahr das erste Mal hier dabei, mal schauen, was es hier zu entdecken gibt und ich werde euch auch noch ein paar Impressionen hier einblenden. Wie ihr seht, war ich gerade nochmal beim Rewe drinnen. Es ist wirklich richtig arschkalt. Hier gerade noch so ein Cappuccino geholt. Es ist unwahrscheinlich kalt, locker mal minus 2, minus 3. Könnte auch wirklich kälter sein. Einfach furchtbar. Einfach mal ein bisschen aufwärmen. Das ist der Zukunft. Das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ihr seht es, wieder einen ganzen Einkaufswagen gefüllt, diesmal vom Pyro-Service hier in Köln. Super schöne Neuheiten dabei, Scream Rockets 2, Silberblitz-Raketen von Funke mit Salud, Carbon Rockets von Argento. Dann haben wir hier Salud-Raketen mit Silberschweif-Aufstieg, die G-Mini-Doppelschlag-Raketen, den schönen Celebration-Cracker von Zina. Dann haben wir hier nochmal Salud-Raketen von Funke, diesmal mit Silber-Cracker-Aufstieg. Lone Star-Knister-Töpfe, richtig, richtig geil. Auch Börler-Neuheiten, wie zum Beispiel Funkenschlag-Blau, habe ich mir noch gesichert. Die neuen Honey Badger, auch richtig, richtig geil. Und auch eine tolle Neuheit, die Scream Shots, Bombettenrohr mit Silber-Pfeil-Aufstieg zu lautstarkem Titan-Salut. Mega geiles Premium-Zeugs, ihr seht ja selbst, richtig krass. Ja, und ich würde sagen, dann kann der Einkauf weitergehen. Zurück vom Pyro-Service Köln, jetzt sind die Eindrücke noch recht frisch. Also wir haben wirklich nur Premium-Ware dort gesehen, ob Funke, Argento, jegliche Art von Raketen, Batterien, Bombenrohre, alles wirklich nur vom Feinsten. Ich habe mich auch richtig schön eingedeckt, bekommen die Discounter dieses Jahr nicht so viel ab vom Budget. Das ist auch gar nicht so traurig, weil es ist einfach wirklich Premium-Ware, die ihr hier beim Pyro-Service zu kaufen bekommt. Und ja, das ist einfach Wahnsinn. Ich bin noch total voller Emotionen, ein bisschen kaputt, noch ein bisschen müde. Gestern ja beim Nachtverkauf. Und ja, jetzt kann es auf jeden Fall weitergehen zur nächsten Station. Ich kann euch ja schon mal sagen, Aldi, Lidl, Norma und Penny stehen dran. Nächste Station auf der Einkaufstour, das ist der Discounter. Lidl, ich habe hier auch schon meine Einkaufsliste gezückt. Jetzt geht es weiter. Hinter mir seht ihr auch, dass wir jetzt hier bei Lidl sind. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber doch, man kann es sehen. Es ist der Discounter Lidl. Und jetzt wird halt nochmal richtig schön eingekauft mit einer der größten Einkäufe jetzt auf dieser Tour. Lidl hat immer auch wirklich sehr, sehr schöne Produkte, konnte ich ja bei diesem Vorschießen miterleben. Und ja, lasst euch überraschen, was ich jetzt alles so einkaufen werde. Und ja, lasst euch überraschen. Und ja, lasst euch überraschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ihr seht, der Einkauf bei Lidl war sehr, sehr erfolgreich, aber wieder natürlich einige Produkte nicht bekommen, zum Beispiel die Daredevil, die Laser, die Goldfingers, wieder alles ausverkauft. Leute, da wart ihr natürlich wieder schneller als ich hier in Weilerswist beim Lidl. Muss ich wahrscheinlich jetzt mal in meiner Umgebung noch nachschauen bei dem Lidl. Da gibt es eigentlich immer alles und dann werde ich mir die paar fehlen Produkte noch holen. Aber ansonsten bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Schöne Produkte bekommen, toller Einkauf. Kann man echt nicht meckern. Der Einkauf bei Lidl ist beendet. Ich habe hier sechs kubische Kanonschläge mitgenommen. Klassiker bei Lidl. Dann natürlich hier noch die Flashbanks. Hier nicht zu vergessen die Skyshots. Richtig schöne Bombenrohre. Dann habe ich noch zwei Vulkane. Einmal den Goldvulkan mit Blinksternen. Und einmal den Goldvulkan mit Colorsternen. Wirklich auch sehr, sehr schön. Und natürlich noch Bombenrohre. Double Flash. Auch ein Klassiker bei Lidl. Dann habe ich hier noch das World Champion eingepackt. Die High Speed Bumps Raketen natürlich auch. Und diesmal zum ersten Mal das Fire Fantasy für 7,77 Euro. Und nicht zu vergessen, eine richtig, richtig tolle Neuheit. Leider die Stormy Flash nicht. Aber dafür die Pretty Heaven gleich dreimal. Der nächste Laden steht an und zwar hier gleich um die Ecke. Der Aldi Süd. Ja, da wären es nochmal ein paar Produkte, ganz spezielle Produkte, wie zum Beispiel die Talisman Batterie oder die Reno. Auch ein Klassiker bei Aldi Süd. Ich zeige euch natürlich dann nachher noch, was ich bei Aldi Süd dann ganz genau mitgenommen habe. Geist. 遊 Nach dem Einkauf von Aldi Süd zeige ich euch natürlich auch nochmal was ich hier mitgenommen Einmal die Thunder Cube, dann einmal die schöne Merlin Fontäne, einmal den pinken Vulkan, bei Lidl war es ja leider ausverkauft, bei Lidl gibt es das Teil gelabelt unter Einhorn-Pups, ist aber der gleiche Vulkan Dann eine schöne 16-Schuss-Batterie Artus, auch ein Klassiker hier bei Aldi Süd, denn die Tristan hat mir wirklich sehr gut gefallen letztes Jahr, diesmal dreimal für 4,99 Und eine super geniale Neuheit, riesiger Karton, das ist die Talisman 20-Schuss-Batterie, wirklich sehr sehr schön Dann kann es weitergehen zum nächsten Laden, es stehen noch an Norma und Penny Ihr könnt es schon hinter mir erkennen und zwar die nächste Station ist der Discounter Penny, das ist die vorletzte Station jetzt auf der Einkaufstour Und auch da werde ich euch natürlich die Produkte zeigen, gleich die ich eingekauft habe Ja, nach Penny geht es noch zu Norma und das wäre dann die letzte Station auf der Einkaufstour Das ist der Zukunft Das ist der Zukunft Das ist der Zukunft Selbstverständlich auch nach dem Penny-Einkauf zeige ich euch, was ich mitgenommen habe Wir haben hier zwei schöne Sturmbrenner, einmal ein Schwarz-Gold und einmal ein Schwarz-Blau Dann die super schöne AC-DC-Batterie, ist eine Pyromold-Batterie Dann die Attila-Fontäne Dann eine kleinere Neuheit, die Evil-Eye Die Barbarin ist ja die Beko-Höllenblitz, wirklich sehr sehr schönes Teil Dann haben wir hier noch die Benji, super schöne Saturn-Missile-Batterie Und das sind die Pfeifwirbel von Veko, die Area 51 gelabelt Ja Leute, die Einkaufstour neigt sich so langsam dem Ende Wir sind angekommen bei dem letzten Laden hinter mir Seht ihr es, ich hoffe ihr könnt es erkennen Das ist Norma, hier gibt es unter anderem die Batterie Doktor Pyro, Schwester Pyro Auch viele tolle andere Neuheiten Das ist wie gesagt die letzte Station an diesem Tag Es war wirklich ein sehr sehr erlebnisreicher Tag Auch hier werdet ihr wieder die Produkte sehen, die ich für euch eingekauft habe Amit 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Auch hier nochmal der Einkauf bei Norma und zwar hier haben wir die Doktor Pyro und die Schwester Pyro. Schwester Pyro dreimal, einmal Doktor Pyro, dann die Neuheiten von Nico, die großen Crackling-Bälle. Sehen ähnlich wie hier Ron oder Explode, also solche riesen Crackling-Bälle mit mega Feuerball. Und dann natürlich noch die schönen Supreme Shots, richtig nice Dinger. Und ein Bollor-Sortiment, das Nico Bollor-Sortiment Katana. Und natürlich noch die schöne Outlaw-Batterie, auch ein Klassiker bei Norma. Ja, leider ist die Einkaufs-Store schon wieder vorbei. Ihr seht, ich bin reichlich bepackt mit Feuerwerk. Richtig gute Einkäufe heute gemacht. Ja, ihr habt ja gesehen, wo ich überall war. Bei Lidl habe ich natürlich nicht alles bekommen. Schämt euch, dass ihr mir wieder alles weggekauft habt. Ja, jetzt muss ich wieder meine Umgebung nochmal gucken, den Lidl aufsuchen. Noch die Goldfingers holen. Und auch, ja, die Daredevil hat natürlich auch noch gefehlt. Und die Laser. Das werde ich jetzt noch holen. Und dann werde ich damit die Einkaufs-Store abschließen. Ich hatte ja gesagt, ich bin nochmal unterwegs. Ich muss nochmal zum Lidl in meiner Region. Wie ihr seht, ich habe die Daredevil bekommen noch. Die Laser auch. Und ebenfalls auch die Goldfingers. Also eine sehr, sehr erfolgreiche Einkaufstour. Dieses Mal wirklich alles bekommen, was ich wollte. Ja, Leute, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diesmal die Einkaufstour gefallen. Ich habe immer halt so meinen eigenen Stil, die Einkaufstour zu machen, zu filmen. Und ich hoffe, ich konnte euch halt ein bisschen mitnehmen, halt zeigen, was ich so alles heute an diesem Tag gemacht habe und was ich eingekauft habe. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Und viele weitere Videos und Video-Folgen werden nach Silvester folgen. Danke, das ist sehr gut. Danke, das ist eine Show. Danke, das ist ein Rossus.